so kommen wir zur tochter belegung als erstes nehmen wir uns mal hier so ein vorgeschnittenes backpapier ding das da oben ist nicht pipi keine angst und schere jetzt machen wir hier vier bahn schneiden uns aus denn dann kriegen wir nämlich gleich den tochter boden sauber eingepackt das zeige ich jetzt also vier mal ausschneiden so ich wollte ich werde jetzt unsere tochter hier drauf präparieren das kann natürlich auf jeden anderen teil passieren es kommt sozusagen jede himmelsrichtung eins von diesen teilen aber nur den seiten ja macht das noch was schön action und jetzt kommt unser boden so wie ihr seht sie das jetzt ganz schön matschig da unten aus jetzt kommt unser super trick jetzt ziehen uns das hier raus und so lang sieht alles super aus das machen jetzt überall bei jeder seite wie ihr seht dann könnt ihr jetzt schon sehen das wird super